Guten Morgen meine Freunde, meine lieben Gamer-Freunde und willkommen zu dem November-V-V-Log an meiner Seite bzw. auf meinem Bild haben wir die Yuki. Der Piet ist momentan oben auf dem Dach schlafen und ja, wir erzählen wieder ein paar neue Sachen über meinen Kanal. Ja, zunächst einmal. Ich habe ein neues Design, ein bisschen mit Farbe, so einer Petrol-Farbe. Ich hoffe, ihr habt das schon bemerkt. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr diese Farbe so findet. Das wäre ganz cool eigentlich. Also mir gefällt das sehr gut, deswegen bin ich von dem Design sehr überzeugt. Und ja, das bin ich. Das ist ein Foto von mir und ich habe da eine Effekte aufgepackt. Aber ich finde, das macht sehr viel her. Ja, was habe ich noch zu erzählen? Genau. Diesen Monat sollte Dungeon Seas 3 erscheinen. Ich gucke einmal am 20.11. 2013, also diesen Monat in 20 Tagen, wird die erste Folge erscheinen. Einen Tag darauf kommt dann das neue Assassin's Creed 4. Black Flag für den PC. Da kann ich das dann auch let's play. Ich freue mich richtig. Ja, oh mein Gott, Assassin's Creed 3 macht jetzt in vier Tagen Feierabend am 4.11. Ist da Schluss mit lustig. Da wird die letzte Folge hochgeladen werden. Nach diesem Projekt erscheint auch nichts mehr. Das heißt, ich habe noch zwei Projekte nebeneinander herlaufen. Einmal das Abonnentenprojekt und einmal mein eigenes Projekt, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe und das alles sehr aufregend ist. Also ja, aber unglaublich. Ich gucke mal eben. Assassin's Creed 3, die erste Folge kam am 3.11. Und nach elf Monaten haut Yuki ab. Und nach elf Monaten ist es dann endlich soweit, dass wir wirklich sagen können, wir haben das Projekt fertig. Oh mein Gott. Ich freue mich richtig. Auf jeden Fall keine Bange, wenn ihr hört, oh nein, sie macht doch Assassin's Creed 4. Es wird schneller laufen. Ich zeige ja diese Projekte jetzt auch fünfmal in der Woche und nicht einmal in der Woche oder dreimal oder keine Ahnung, wie ich das damals gehandelt habe. Es wird auf jeden Fall so sein. Ja, Batman habe ich gerade zu Ende gespielt. Ich weiß aber noch nicht, wann die letzte Folge erscheint. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es sein werden zu Batman. Ich habe die Riddle-Herausforderung nicht zu Ende gespielt. Jetzt ist halt die Frage an euch, wollt ihr die sehen oder nicht? Schreibt es einfach hinterlasst da einfach in den Kommentar. Das haben wir noch. Perfect Work. Sirens of War geht lustig weiter, auch wenn es momentan ein bisschen problematisch ist, einen Termin zu finden. Das heißt, ich habe immer sehr wenig Folgen. Es kann auch nicht sein, dass eine Folge wegfällt, weil wir es eben nicht schaffen, aufzunehmen. Terra läuft auch weiterhin munter weiter. Sparrow Nights ebenfalls. Wie gesagt, da dürft ihr mich immer noch adden und mit mir zusammen spielen. Ich hinterlasse auch überall eine Nachricht, also auf Facebook, Google+, Tumblr nicht und Twitter, aber Twitter eine Nachricht, wann ich eben Sparrow Nights spiele. Nach Batman Arkham Asylum wird jetzt Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 kommen, weil ich Lego-Spiele so liebe. Das ist so lustig. Ich habe schon ein bisschen angefangen aufzunehmen, deswegen. Ich musste mich die ganze Zeit nur kaputt lachen. Ja, und was wahrscheinlich diesen Monat hoffentlich erscheinen wird. Ich habe ja letztes Jahr, hatte ich Raiders Europe aufgenommen. Raiders Europe, aber das wurde ja, die Server sind ja geschlossen worden auf europäischer Basis. Ich spiele aber dann bei Perfect World weiter. Aufgrund dessen, dass ich halt durch Perfect World eigentlich gute Erfahrungen mit Perfect World Entertainment gemacht habe, spiele ich bei diesen Publisher weiter. Es sind halt die amerikanischen Server. Und dort soll jetzt demnächst, das heißt ersehnt, ich warte seit der fucking Closed Beta auf dieses Content-Update, dass die Assassine da endlich kommt. Und der wird auch bald kommen und auch das werde ich jetzt playen. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Quest auf Englisch vorlesen werde, ob ich versuchen werde, sie irgendwie zu übersetzen, weil ich meine, ich verstehe Englisch sehr gut eigentlich. Das Problem ist, ich kann das nur nicht so direkt aufs Deutsche übersetzen. Weil für mich hat das dann im Englischen so einen Sinn, aber wenn ich das übersetzen müsste, dann eher nicht so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ja, genau. Wie ihr gerade schon gehört habt, ich habe mich auf weitere soziale Netzwerke ausgebreitet. Das ist unter anderem Google+. Also ihr könnt mich euren Kreisen, ich verstehe Google+, noch nicht ganz, Kreisen hinzufügen. Dort werde ich regelmäßig alles posten, was so abgeht. Facebook bleibt natürlich weiterhin bestehen. Bei Tumblr bin ich jetzt auch wieder. Ich finde Tumblr einfach schön. Und bei Twitter könnt ihr mir auch folgen. Ja. Habe ich sonst noch was zu verkündigen? Zu verkündigen? Ja, eigentlich nicht. Ich habe bald mal fertig. Habe ich gerade durchgespielt. Ich habe noch ein bisschen so den Adrenalinkick. Wird sehr spannend zu Ende. Nö. Ansonsten? Na, eigentlich nicht so. Ich muss mich jetzt fertig machen. Ich muss das jetzt hier so schnell zusammenschneiden, weil ich ein bisschen in Zeitstreis bin. Aber das muss nur auch pünktlich raus sein. Sonst habt ihr das nicht zum 1. November hin. Und das kann ja so nicht angehen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Keine Ahnung. Einen schönen Monat. Genau, einen schönen Monat. Schreibt mir natürlich Kommentare, was euch an meinen Letztes nicht so gefällt. Was euch dran gefällt. Also, gebt mir ein bisschen Kritik, damit ich so ein bisschen dran schrauben kann. Und ansonsten würde ich jetzt ja auch Schluss machen und Yuki sich ihren Putz-Triaden... Oh, das ist ja süß! Ne? Damit sie sich weiter putzen kann. Ich verabschiede mich, meine Gamer-Freunde. Und wir sehen uns dann. Hören uns. Was weiß ich. Beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!